um alle freundlichen und willkommen zu einer weiteren folge von contagio und heute will ich mit einer frau mal starten ja hier und nicole heißt sie und wir starten in einem polizeistatium beziehungsweise in einem polizeipräsidium und wir haben eine pistole und hören schon diesmal reichen die laufen erst mal links freunde damit ich mich nicht immer verlaufen will ich halt zuerst die eine seite mal drücken und dann die andere seite und so weiter und so fort mal ab und mal auf wenn die schaun da sehen wir ein das ist wir haben die 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 das ist mit dem Messer gegen die Zunge dies. Äh, Kuntboilos werden wir auch brauchen, aber erst mal... Ja, lass es. Hier, wenn was, kommen wir zurück. Äh, ich weiß, desweil. Weil ich... So. Kann ich doch aufmachen, ne? Hallo, Zombie, wo kommst du denn her? Auf Umbrella, bitte, ne? Was hast du denn dort gemacht? Die Menschen angeknabbert und gelassen. Okay, Zombie, ich renn weg, denn zu sterben gibt's kein Zweck. Oh, ja. Ähm, Magnum, ein schöner Magnum. Aber es gibt noch schönere. Und wenn ich die finde... Jeppi, Jeppi. Weil... Das ist bestimmt ein Kornigerin, ne? Kopfwahrscheinlichkeit, ja. So süß, und die wollen mich so einknabbern, weil... Die stehen auf süße Sachen. Hilfe, was hast du denn da gemacht? Ja. So. Ich hab gedacht, ich fiel reißig sein. Ich hab gedacht, ich fiel reißig sein. Ich hab gedacht, ich fiel reißig sein. Ah, ich fiel reißig sein. Ja, dann sind die Leute jetzt nicht drauf. So. So. Oh, ja. Ich mach absichtlich hier so schön, aber damit ich weiß, wo ich schon mal war. So. So. Da... Da muss ich rein. Da... Hier muss ich reinfahren, gell? So. Jetzt gehen wir mal in der Richtung. Oh ja! Ohhhh! Ohhhhh! Fuck yeah! Ich hatte mein Zombie. Komm mal her. Ich schieße dir mal... ... eine Schrottladung ins Gesicht. Komm mal, Zombie, in dein Licht. Schießt die Schriftladung, die es gesetzt. So, jetzt schau mal eine Gunde. Die Stille weiter hin. Das ist sicher ohnehin. Ich bin wieder zurückgekommen, oder was? Gute Sachen haben wir dann abgeschrieben, aber das geht dann mit der andere Richtung. So. So. Schau mal an mir ist. Kann ich mir gleich? Volle Zeit. Schau mal an mir. Schau mal an mir. Lass mich doch. Schweis das ist wichtig. Aber ich stehe abgalen. Schau mal an mir. Schau mal an mir. Schau mal an mir. Will Bäh. Mann, ich bin doch nur ein Mädchen. Lass mich los. Schau mal weg von mir. Sag mal, Joby. Ich weiß nicht, wenn es Schluss ist, Mann. Ok. Gäh? Ach. Entschuldigung. Lebe im Frieden. Öh. Ruhe im Frieden mein Mann. Ruhe im Frieden. Ich glaube wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. Ich suche jetzt nach etwas, und zwar, ich weiß das noch von, ja wir haben mal, wie ich bereits erzählt habe, mit Reservbaterie und das mal gemeinsam gespielt, das war da ein kleines Problem, ja, im Falle, man braucht da, einer sollte Schlüssel haben, und der andere den Tankvorlöser, und deswegen habe ich ja gemeint, wenn wir mal merken, weil die Probleme ist, wenn ich in einem Falle einspäin, habe ich die Zeit, in der Zeit, in der Zeit, das ist nicht so, es ist. Ich habe die Zeit, ja das ist. Ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, ich bin der Zeit, das ist. Ich bin der Zeit, die Zeit, das war. hallo zu start mal schnell aber die anderen auch weiterhin versuchen äh die Richtung da war ich und hier komme ich nicht durch weil hier brauche ich äh den Handfeuerlöscher, Freunde aber keine Sorge, den Handfeuerlöscher bekommen wir und zwar bald wenn wir weiter laufen und zwar mal das hier importieren aber wir haben die 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 Freunde, ich muss mich raten, denn wir haben in unserer Folge schon Freunde, und bevor mich zum Bestand aufknabbern, ich verstecke mich und ab hier werden wir dann weitermachen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.